Das eine Ehepaar ist an eine grosse Party eingeladen. Und zum Mal sagt die Frau zum Mann, du sagst mal, schämst du dich eigentlich nicht? Jetzt gehst du schon zu fünft Mal gelassen und Kuchen holen. Dann sagt er, warum sollte ich? Ich sage jedes Mal, es ist für dich. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, Villa Casa Eufel, Markter von Wohleigentum. Mein Name ist Markus Gerber.